Ein weiteres Highlight aus der W-Produktreihe ist der Schnelladapter TW800. Er vereinfacht Arbeitsabläufe, verkürzt Prüfzeiten und verbessert die Produktivität auf den Prüfständen. Somit ist der Schnelladapter ideal für Funktions- und Druckprüfungen im Niederdruckbereich an Bauteilen mit Sicke, Bördel, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde. In der Automobilindustrie wird der Typ TW800 unter anderem zum Prüfen von Kraftstoffanschlüssen, Anschlüsse für Kühl- und Heizwasser und sonstige Versorgungsleitungen sowie Kälte-Klimakomponenten eingesetzt. Auch zum Prüfen von Druckbehältern, Kompressoren, Wärmetauschern, Messgeräten, Schläuche, Rohre, Tanks etc. wird der TW800 gerne verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020